88% oder so. Das kann ich dir direkt sagen. Auf Nuked 82% Vari-Game. Ja, das ist schon krass. Das ist schon eine extrem starke Quote. Absolut. Die Spiele, die man verliert, hat man wahrscheinlich hauptsächlich gegen Nip-Burnor, ne? Ja. Ja! Dann Knife-Rounds. Und das neue Overlay auch richtig stark, finde ich. Ganz ehrlich. Gefällt mir extrem gut. Danke. Ja, hast du auch mit zu verantworten, ne? Wenn du wüsstest. So, aber wir gehen in die Knife-Rounds. Universal Soldiers gegen Vari-Games. Das erste Halbfinale hier von den Raid-Call-AMS-1-Finals, meine Damen und Herren. Und die Knife-Rounds. Universal Soldiers. Noch stehen sie auf der 10. Seite. Würden sicherlich gerne auch da stehen bleiben. So, Pasha hat sich da von hinten angepirscht. Wie das redet. Oh. Aber er ist trotzdem machbar. Der ist ja 100 HP. Noch mit 100. Jetzt aber Eingreif bekommen. Und dann verhüpft er sich. Verhüpft er sich. Genau. Also, Vari-Games möchte CT starten. Und was die da schon gerissen haben, das eine oder andere Mal, das haben sie schon öfter gezeigt. Spielen eine eigentlich sehr, sehr solide CT-Seite. Ja, und das wird ganz, ganz schwierig werden, das zu knacken. Aber Vari-Games ist da sehr, sehr gut vorbereitet. Also, drei DIN A4-Zettel habe ich da gerade gesehen, meine ich. Und, ja, da wird man schon ein paar Antis haben. Natürlich auch die eigenen Sachen, aber auch so ein bisschen spielerspezifisch bei Universal Soldiers. Und die Polen, die arbeiten alles aus dem Gedächtnis heraus. Da gibt's keine Zettel. Disziplin. Polnische Disziplin. Also, da gab's ja auch mal... Von Rolf Platschka gab's ja da mal ein Interview, wo er meinte, dass er noch nie so ein diszipliniertes Team gesehen hat. So, und heute legt auch Pasha... Nein. Man wollte sagen, heute legt auch Pasha die Arme um die Spieler, aber nein. Er bleibt ohne die Arme drum. Aber jetzt sieht man's auch nochmal auf seinen Rücken. Pasha Bizeps. Also, der Name ist drauf. Wenn der die Arme auf die Schultern legt, dann sind die ja... Ja, da würde der Kreis nochmal um gut zehn Zentimeter weiter nach unten gedrückt werden. Er ist schon ziemlich durchdacht. Ich kann ja die auch nicht mehr höher machen, die Arme. Also, weiß ich ja nicht. Wie viel Freie vom Meter. Sonst schneidet's in die Rasierklingen ein, meinst du das? Oh Mann, ey. Aber ich find sowas immer wichtig, so Team-Zugehörigkeit, auch dieses Offline, dieses Feeling zu haben und so. Also, echt gut. So, mal schauen. Schoxi und Scream, wenn dieses Duo funktioniert, dann funktioniert auch der Einzug ins Finale. Ganz einfache Geschichte. In ihrem ersten Spiel am gestrigen Tage gegen Fnatic, da hat Scream nicht ganz so gut funktioniert. Schoxi war da, in Bekart ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, und man musste in die Overtime. 21-19 ging es aus. Dann gegen Kottmagen-Wulfs war Scream wieder in Top-Form und man hat 16-4 gewonnen. Die Jungs von Universal Soldiers hatten gegen den Navi ebenfalls ein sehr starkes Spiel. Einen ganz, ganz starken, einen bockstarken Starrix gegenüber. Ja. Und das war ganz, ganz schwer für sie, da was zu machen. Hatten es eigentlich dreimal selbst in der Hand. Und da hören wir doch mal den Schrei aus dem Kreis. Ja, da hatten sie es dreimal selbst in der Hand und beim vierten Mal hat es dann einfach nicht mehr gereicht. 31-28 verloren gegen Maus, 16-11 gewonnen. Da hätte Maus auch ein paar Runden mehr drin gehabt eigentlich. Und jetzt gegen Navi haben sie einfach ein solides Spiel abgerufen. Also, das war ganz große Klasse. Wie ist das ausgegangen nochmal? Es war eine Drüberfahrt, ne? Na ja, Drüberfahrt nicht, 16-5. Aber erste Halbzeit war sehr eindeutig. Und ich denke mal, wenn man da mit einem Full-Focus gespielt hätte, hätte man es auch 16-2 machen können. Okay, alles klar. Am Ende kam Navi dann nochmal ein bisschen ran. 16-5 ist natürlich immer noch eine deutliche Nummer, keine Frage. Ja, vor allen Dingen das in einem knappen Spiel wie gestern. Aber, wie du schon angesprochen hast, Sterix halt wirklich, also selbst Savos und Struksi haben ihn halt hart gefeiert. Und meinten halt wirklich, was er da jetzt gerade carried, ist schon heftig. Ja, aber auch individuelle Einzelskill ist einfach extrem wichtig in solchen Teams. Ja, und der hat leider gestern bei Maus gefehlt, vor allem beim Chris J. Also, jetzt nicht unbedingt alles schlechtreden, aber wenn der so funktioniert, wie er sonst funktioniert, beispielsweise EPS Finals, dann wäre das auch nochmal eine andere Nummer gewesen. Ja, das ist halt, ne. Es fällt schon auch, wenn so ein starker Spieler wie er nicht sein A-Game abruft. Vor allen Dingen auch die AWP, die ja extrem entscheidend ist in ganz vielen Maps und Situationen. Also, das ist schon wichtig. Richtig. Er hat dann Trubel gespielt, also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass er die Spiele leider nicht gesehen hat. Ja, war zweimal Stats Leader. Ich weiß nicht, ne, zwei, drei Mal hat er da schon seine Mates angeschrieben. So, das muss man eigentlich im Spiel abstellen. Weil das zieht da eigentlich nur runter. Aber... Ja, er ist halt extrem ehrgeizig, ne. Was er da gesagt hat, wissen wir auch nicht, oder wie er es gesagt hat, aber... Im Kamerabild war das schon sehr angespannt aus. Okay. Obwohl man auch die Runde gewonnen hatte, also das nur mal... So, by the way, eine Szene, an die ich mich da erinnere. So, nun geht's los. Ja, Countdown. Nice. In die Pistol Round, hier nochmal die polnischen Spieler in der Übersicht. Ja, Very Games Pistol Stark auf jeden Fall. Im Finale da vom EPS Cup, von dem Französischen, haben sie gegen Clan Mystic einfach mal vier Pistols in Folge geholt. Das war richtig sick. So, auf geht's. Peacols werden auch geworfen, also... Oh, so. Das könnte eine schnelle Halle Go werden. Oh, okay. GoTV, sehr laggy gerade. So, jetzt NBK. Uh, wird rausgemommen. Distance auch, super Flash. Oh Gott, oh Gott, ist auch gleich rausgekommen. Oh, Shoxi down und Scream alleine gegen fünf. Also, einfach mal mit nem schnelle Halle Go. In die Defensive der Franzosen. Was waren das für ein zweiter Shot? Da hab ich ausgerutscht. Auf jeden Fall war es Headshot. Ja, Fahrzeug. Ja, Fahrzeug. Was im Brett, ey. Ja, was will der da noch groß machen, also... Die Fuse kann er auch nicht safen. Das ist immer safen, muss ich auch nix. Schönes Restaurant. Ja. Einfach mit Decoys und schnell Halle Gas. Die Fracks sind direkt da von den Universal Soldiers. Und damit erste Anti-Eco. So, aber Very Games. Komplett mit Weste. Vier mit Helm. Und P250, ja. Und P250. Das spielen sie sehr gerne. Das müssen die Polen eigentlich auch wissen. Ja, deswegen ist es ein bisschen riskant, dass man da mit zwei Pistels spielt bei den Polen. Und die Eco müssen sie auf jeden Fall jetzt Anti-Eco extrem diszipliniert runterspielen. Aber sie spielen es schon mal richtig. Sie sind geknubbelt, komplett geknubbelt außen. Also, dass sie da wirklich jede Menge Refrake-Situationen haben. Lassen sich da nicht auf einzelne Duelle ein. Und ich denke mal, das ist auch schon der erste Call gegen diese Variante, die halt Very Games gerne spielt. Ja, aber Very Games, jetzt zu viert schon unten. Naja, die können ausschließen. Dadurch, dass man Pistols hat, geht mir ja auch nicht so viel. Wobei man sagen muss, Shox hat gar keine Ahnung gehabt. Hat nix gehört, nix gesehen. Jetzt brechstange einfach auf. Oh, 1.2. Brechstange einfach auf. Das ist natürlich. So. Drei gegen zwei. Drei gegen... Zwei gegen eins. BAMS! Und da ist es! Da ist es! Da ist es! Stark! Ja, also das viel zu riskant, da einfach nur mit Tür auf, eine Flash raus und dann rausziehen. Ohne überhaupt eine Info zu haben, was da unten los ist. Ja, das ist wirklich sehr optimistisch gespielt. Muss man halt irgendwie splitten. Also da muss man erstmal den Schacht einnehmen. Der Schacht ist halt dann wirklich eine Ausgangssituation, der ganz wichtig ist. Wenn man den eingenommen hat, kann man halt noch viel besser unten auf den Spot spielen. Aber sie haben es einfach komplett über Türe gemacht. Sind sehr riskant gewesen. Nicht mal einen irgendwie vorher noch Fenster checken lassen, sondern einfach Tür auf und raus. So, aber sie spielen auch Anti. Tess, schöner Frack jetzt außen. Die kommen auch zwei Waffen und auch noch P250. Also wollen sich das nicht gönnen lassen. So, Smith mit dem Headshot an Pasha. So, Abgang eingenommen. Garage eingenommen. Ja. Spielen geht der jetzt runter. Und Tess wird unter Cat gehen und holt den Frack. Ganz wichtige Fracks hier, ja. Wenn man jetzt noch die Waffen nehmen kann. Wobei sie sich da nicht drauf fokussieren, weil... Ahm, Zuland, Consistence. MBK das Duell in der Pommes. Drei gegen drei Situation. HP Vorteil und Waffen Vorteil noch bei Very Games. Aber Biali, der könnte jetzt gleich an der Waffe rankommen. Und sie wollen sogar nochmal komplett safe. So, Cat boosten. Das ist okay, weil Scream könnte sie doch sehen, wenn er da die Leiter hoch geht. Aber NBK, uiuiui, ja. Scream. Und NBK. Wenn Scream kippt, dann ist GG. Der boost natürlich perfekt. So, Pasha hat jetzt die Info. Okay, jetzt haben sie Probleme. Jetzt muss Neo halt drauf bauen. Ja, macht er auch. Und Biali, 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 Biali. Trotzdem. Starke Eco wieder. Also, was heißt Eco? Da hat er zwei Waffen gekauft. Genau. Das sind halt, ne? Die in der zweiten Runde Pistol hatten. Haben dann natürlich gekauft. Viel Damage gemacht natürlich. Aber Universal Soldiers müssen hier trotzdem in die Eco gehen. Das sind Schocks für ein Strike. Und NBK gegen Pommes. Ja, Scream. Perfekte Nade. Dann ist Smith mit dabei. Und Biali Last. Kommt auch noch mal Rampe. Und da ist nochmal Scream. mit seinem insgesamt vierten Frack hier im Spiel. Und wahrscheinlich alle Headshots. Nein. Drei nur per Headshot. 75%-Quote bei ihm momentan. Warum weißt du das? Tja. Für die EOS One Finals habe ich sehr, sehr viel getan. Der Knochen, ey. Da hat er hier die Tricks. Doktor kompetent. Genauso wie die eigenen Spack-Posys. So, Tess. Oh. Der kommt da nicht aus der Pommes raus. Das ist ein bisschen geblockt worden von der Wand. Oh, das kommt wieder. Aber oi. Zunächst kann ich den Frack noch holen. So, Frack ist da. Von Schoxi. Bombe ist down im Spot. Boah. Sehr schön. Sehr schön. Und Smith ist bekannt dort in der Main. Bombe liegt allerdings mehr als schlecht gerade. Aber sie haben noch eine Flash. Die drängen damit Smith raus. Und Bombe kann Pasha nicht picken. Das ist schön. Boah. Und Smith macht es. Junge, Junge, Junge. Ach. Wenn Pasha da die Bombe mitnimmt, nicht nochmal da hinlaufen muss, ist er hinter dem Spot kann legen. Ärgerlich. So, Schoxi direkt außen. Und Smith ist ebenfalls mit dabei. Dann wird Gas jetzt da richtig durch. Aber Schoxi ist der. Ne, der ist außen. Aber Existence ist jetzt geschoben über die Schächte. Hatte den Kontakt. Das kann eigentlich zwar wohnen. Schön. Und wird diszipliniert. Er bleibt da jetzt nicht irgendwie auf Frack stehen, sondern schiebt sofort weg. Und lässt da seinen Nates den Schacht unternehmen. Sehr schön. Kein HP verloren. So, bei den Polen 1, 2, 3, 4, 5 Fracks. Bisschen anders sortiert. Aber kein Problem. Ja. Bei Vary Games überall Nilek Skins. Bei den Polen nicht. Fällt mir jetzt mal auf. Ja, sie müssen jetzt mal überlegen, was sie spielen können. Also meistens kommen sie sogar gut auf die Spots drauf. Nehmen die Spots nur halt relativ, ja. Also was heißt nicht schlecht kann man ja nicht sagen. Aber da sind sie halt noch irgendwie unterlegen. Was Vary Games angeht. Und dann natürlich solche Situationen wie jetzt gerade eben da gegen Smith. Das 1 und 2 verlieren ist halt bitter. Also was kann halt einfach das Genick brechen. Muss jetzt gucken, ob sie das irgendwie machen. So, man sieht es wieder. Außen sind sie jetzt einfach durch. Sie haben viel Raum um zu spielen. Und auch Taz, der ist schon Rampe durch. Also eigentlich kann man das perfekt runter spielen jetzt. Es ist nur die Situation. Sie stehen auch schon zu zweit unten. Also das beste wäre jetzt eigentlich ein Halle Go über PopDuck. Oder Smiths pusht jetzt. Smiths pusht jetzt. Oh, oh, oh. Smiths pusht. Mit Scream zusammen. Das erwarten sie so wahrscheinlich nicht. Aber jetzt haben sie natürlich die Information. Jetzt ziehen sie rum. Jetzt müssen sie aufpassen. Aber beide fallen. Und die Runde darf man jetzt nicht mehr abgeben. Hinter Silo stand schon. NBK und der Pusht Bizeps. Das ist halt wieder das. Hat halt wirklich so ein Überball. Und NBK holt den Planter. Das gibt es nicht. So, Unterzahlsituation zu einer Überzahlsituation gedreht. Test mit dem Plan. Es sind nur noch 8 Sekunden. Und dann Barry Games weiß genau Bescheid wie sie pushen müssen. Das ist halt echt heftig. Super runter gespielt von Barry Games. Situationssituation. Sie haben keine Kontrolle. Nehmen dann Rampe Kontrolle wieder ein. Dann sehr gut von Universal Soldiers schon hinter Silo gestanden unten. Piegen den Frag. Und dann dreht Barry Games über die Unterzahlsituation. Ja und dann genau die Zeit im Blick. Wissen wann sie pushen müssen. NBK verantwortlich für die Runde. Hauptsächlich. Situationssituation. Kann nichts helfen. Aber NBK im Spot. Und NBK. Und NBK. Er spielt das wirklich auf einem Weltklasse Niveau da im Spot. Und so wie er das da immer wieder handelt. Das habe ich bei keinem zweiten gesehen. Ja und wieder gerade eben natürlich die Situation. Man hat eine 5 gegen 3 Situation bei den Polen. Und sie schaffen es einfach nicht den Spot zu halten. Gute Pushes. Beziehungsweise vom Pasha dann ein bisschen übermütig, dass er da in den Schacht reingast. Da verdient man das Duell. Dann das nächste Duell wird im Fenstergang verloren. Dann gibt es noch den Frag gegen den Planter. Ja und das sind einfach so Sachen. Wenn man das natürlich abgibt, ist es immer schwierig das zu machen. Ich sag mal sie hätten mindestens jetzt schon 3 Runden mehr haben können. Mindestens. Dann wäre auch die Gelds-Ausgleichsituation ein bisschen anders. Aber das sind halt die kleinen. Das kleine Quäntchen, was da halt noch fehlt. Oder was halt einfach mal Tagesform unterscheidet. Oder Disziplin oder Event oder was auch immer. Ja. Bury Games gerade einfach. Speed up. Oh Smith. Pass auf. Mit der Autosniper die Position halt auch richtig gut. Ja. Perfekte Pose. Jetzt Existenz gleich Duell gegen Tür wenn er kommt. Echt. Dass die sich teilweise einfallen lassen ist schon super. Jetzt wollen sie halt den Hallesplit machen. Stehen jetzt zur zweiten Main. Stehen zur zweiten Richtung Vorraum. Ja mit Existenz. Wählt sich da eine neue Pose. Ja. Und NBK schauen wir uns an. Bann. Der ist schön. Ja und jetzt hat man gerade das Übermütige bei den Bury Games Spielern gesehen. Und Schleckchen fand auch ein Splett. Oh Smith. Und jetzt muss die Koordination stimmen. Das darf jetzt nicht wieder passieren. Green. Der flippt halt aufs. Aber. Boah. Und Schocks. Oh Schocks da ist die Waffe leer. Da ist die Waffe leer. 16 Schuss noch im Magazin. Ja. Du musst jetzt gucken, dass er da gleich an eine neue Waffe rankommt. 12 Schuss noch. Da geht jetzt auch nur auf 1 Blick. Jetzt muss er auf Pistol wechseln. Jetzt muss er auch. Ja. Das Duell, wenn das jetzt abgibt, wird er ran. Aber nein. Starke Runde von ihm. Aber er kommt trotzdem noch an die Waffe ran. Wenn er da in so einen Glücksshot landet. Dann sieht das wieder gut aus. Ja. Das stimmt. Aber so ein Biali, der einfach auch mal wieder den Schacht runter pusht und da auf Break geht. Wenn der gefallen wäre, dann wäre das schon wieder die absolute Unterhister-Situation gewesen. Also die, die spielen da wirklich so ein bisschen auf Bizeps immer. Also wirklich auf Balls. Ehrlich. Entweder es geht auf oder man sieht aus wie der letzte Noob. Das ist ja häufig so in manchen Situationen. So. Alleine noch mal Aufbau. Bizeps außen. Schon mal ein bisschen angespielt. Und scheinbar möchte ich mir jetzt verzögert was spielen. Ich frage jetzt mal was. Rampel. Schöner Call. Ja. Scream raus. Alleine. Es müssen schnell runter. So. Aber wie VeryGames, wenn wir sie kennen, werden sie jetzt höchstwahrscheinlich was ausschließen. Ne. Sie schieben sie schon instant überall hin. Ah. Und Taz geht halt zurück. Das ist gut. Dass er halt ausschließen kann, dass Vorraum gepusht ist. Und dann hat man noch mal ein bisschen mehr Spielraum. Gefällt mir. Und jetzt Existenz. Oh, er sieht zwei. Hat er sie gesehen? Ja. Unterkampf. Oh, ganz bitter. Ganz bitter. Dann ist das Spiel eingegrenzt. Aber wird geholt. Krass. Schoxi. Oh, schön ey. Sie nutzt das Timing gerade jetzt. Schoxi. Ist one on one. Und sie wird angesagt haben. Ah. Da ist die Kugel im Helm. Acht. Zu. Zwei. Very Games. Da ist die Kugel im Helm. Schönes Ding hier von Schoxi. Tja. Und die Polen. Die haben Fasern probiert. Viele gingen nicht auf. Und dann weiß man auch nicht genau, was man noch ansagen soll. Was man noch anders spielen soll. Jetzt erstmal diese Pistole hier. Die Roku überstehen. Ja, ne. Da kommen überall die Kugeln durchgeflogen. Ja. Ist natürlich auch. Das CT-Game. Einfach von Very Games. Sag mal, wenn sie noch vier. Oder wenn sie noch zwei Runden holen oder sowas. Dann ist es noch in Ordnung für die Polen. Dass sie halt genug Spielraum haben. Um sich auf CT halt auch gut einzuspielen. So. Außen spielt man wieder an. Finde ich, ist der richtige Call. Weil man außen einfach extrem gut runterkommt. Nur die Duelle halt auf den Spot verliert. So. Jetzt Miss. So. Smith hat halt viel Raum. Sieht da eigentlich viel. Aber oh, wenn dann ist es nicht so. Gibt auch gleich das Brett schön. Na, ein Test ist halt heute gerade echt. Ich sehe es nicht. Jetzt. Jetzt kriegt er die jetzt. Schöne HE, die man da jetzt noch geworfen hat. Domain. Und Schocks unter Cat. Und der kann natürlich jetzt mindestens einen holen. Oh, Timing. Oh, oh. Timing. Der kann jetzt rausgenommen werden. Easy. Easy rausgenommen. Jetzt hat man die vier gegen zwei Situationen. Knurbeln und einen Spotangreifer. Aber sie pushen halt. Sie machen es richtig. Schön. Jetzt darf man sich gar nicht mehr auf diese Einzelduelle einlassen. Das ist halt ein Verbot. So, Bombe direkt down. Und eine Test veraimt. Das gibt es nicht. Oh. Scream mit dem dritten. Starke Nummer von ihm. Ja. Ja. Jetzt glänzt halt jeder mal einzeln dabei, Barry Games. Ja. Das war von den Pullen überhaupt gar nicht falsch gespielt. Sondern einfach nur veraimt. Ja. Ja. Weil Tess hat den Frag da nicht gegen Scream. Also den Refrag sogar nicht. Scream hört da den CT-Spieler im Schach nicht. Rampespieler ist da auch nicht drauf. Ja. Und Scream kann halt schön einfach alles wegfischen. Also wieder 2 und 4 Situationen gedreht bei Barry Games. Ja. Das ist halt wirklich bezeichnet. Muss man einfach so sagen. Das ist halt sowas, wenn man dann das Ergebnis sieht, das Halbzeit Ergebnis, denkt man sich auch, ja hier sind sie Dubai gefahren und so. Wenn man das Spiel verfolgt hat, merkt man, dass halt die Polen auch hier, ja jetzt führen könnten theoretisch sogar. Aber gut. Führen würde ich jetzt nicht behaupten. Es waren mindestens 3 Runden, die man verdattelt hat. Ja. Die man hätte gewinnen müssen. Oder sogar 4. Ja. Und dann ist halt natürlich Eko, Beko und so, ne? Ja. Ah, ne Knochen. Da sind ja auch die Eko's drin. Das Money Management, alles. Mhm. Tüche. Mhm. Aber sind wir ja gewohnt, dass wir beide andere Meinung sind. Ne, ich weiß einfach, dass du ein zweites polnisches Herz in dir schlagen hast. Echt? Findest du? Und die, ja. Nicht? Sag mal, dass es anders ist. Sympathisch sind die schon, ne? Ich rede ja auch nicht von Sympathie. Aber weil jemand sympathisch ist, gewinnt man ja das Spiel nicht. Naja, ich heiße ja Venom Deletsky. Wegen. Wenn Troubley sympathisch wäre, dann wäre er auch nicht erst dann in Stats. Wer hat das gesagt? Was weiß ich. Nextra, das ist aufgeschrieben hier. Das notiert, was du da gesagt hast. Das wird geschnitten. Das legen wir Troubley vor. Ja. Er schreibt mich grad in Steam an, was sagt noch ein Na? Das glaub ich nicht. Oh, Schocks, schöne Position. Links müsst ihr auch schon gehört haben. Hat es aber nicht auf dem Schirm. Ach, er war weg. Pasha war gut auf Timing. Ja, war schön, ja. Hat wahrscheinlich den Redoat gehört. Jetzt Pasha halt wieder mit ordentlich Gas Richtung Main unterwegs. Pasha muss eröffnen aus der Main. Oh, schön. Genau richtig. Ja. Und Schacht hat er auch gehört. Schön! So, Scream noch. Cap auch angesagt. Und wenn man das jetzt wieder vergibt, ne, dann muss ich schlecht flanken. Nein, Pasha sogar mit dem Bizeps da eh da hoch. Er hat die weiter geworfen, als man es eigentlich kann. Jetzt Miss gegen vier. Schön! Vor allen Dingen vier Waffen durchgebracht. Das bringt zwar jetzt nichts mehr für das gesamte Game, aber man hat jetzt zumindest nächste Runde komplett fullequipped bei allen Spielern. Ist ja auch schon mal was wert, ne? Absolut. So, und das wäre noch schön, wenn sie da zu dem L4 kommen könnten. Ah, ein BK hat sogar ne, ne Mc7. Warum auch immer. Ich sag mal, ein Xsistens hat noch 3-3 übrig. Und jetzt gibt's hier Flashes ohne Ende. Jetzt kommt der Halle zu Griff und da steht Xsistens on-spot. Und MBK. Und Xsistens hat da das Problem, dass MBK diese Situation die ganze Zeit so gehänzt hat. Oder oft so handelt. So, drei Spieler der Polen aber super low. So, wieder Telsmann! 9 AP. So, und Pasha kriegt den letzten, aber Tels mit der 3er Runde. Also, sehr, sehr schön. 18 Kills. Sehr, sehr schön. Und damit die vierte Runde für die Polen. Und es geht hier direkt weiter ins nächste Game. Ja. Aber 11 CS-Runden. Damit kann man zufrieden sein bei den Franzosen. Ja. Und die letzten beiden Runden hat man noch geholt bei den Polen. Damit kann man auch zufrieden sein. Ja, und jetzt muss man die Pistol holen. Dann kann es hier echt noch mal spannend werden, ne? Pistol auf jeden Fall Pflicht. Aber wie man es mal ansieht, ne? Also, Tels ist einfach mal schön mit 16 Tracks unterwegs. Ist einfach mal ein bisschen... Ja, hebt sich ein bisschen ab vom Rest seines Teams. Mal gucken, wer jetzt die Pistol holt. Ganz, ganz wichtig. So, Scream, was spielt er? Hat keine Granaten. Der einzige mit Granaten ist Xistence. Und der hat eine Smoke und eine Flash. Ist jetzt die gute Frage, wo es hingeht. So, HE macht leider sehr wenig Damage. So, Smith-Rampe. Kommt da durch. Oh, die Franzosen, die warten noch. Die spielen da nichts draus. Smith holt jetzt die Bombe. Existence geht noch mal unten spoten. Drei gegen vier. Pasha darf jetzt nicht kippen. Der muss den Frack haben. Und Pasha verliert das Duell. Und der wird es echt extrem schwer jetzt. So, da ist eine Halle drin. Der ist ja. Ciao. Ja, und die Pistole ist natürlich jetzt ein absoluter Eggbreaker. Also. Selbst der Luxus wird einem nicht gegönnt. Aber das ist halt Barrick Amps wieder mit... Ne, Quatsch. Eben haben wir Universal Soldiers die Pistole geholt. Da hat man ja die Eco verloren. Dafür sind natürlich vier Terrorrunden trotzdem recht wenig. So, MDK. Direkt den Frack gegen Main. Und jetzt geht's Rampe vor. Da wartet Neo. Pasha schiebt außen nach. Da war der Headshot. Nochmal. Und Smith kommt da raus mit 15 AP. Von der Rampe. Und jetzt... Kann man eigentlich fast nur noch Halle Go ansagen. Silo wird sogar nochmal eingenommen. Pasha. Ja, und da geht Barry Games nochmal komplett... Ganz kontrolliert. Haben da viel Damage kassiert an der Rampe. Schieben nochmal komplett über außen. Nutzen damit den Distance-Vorteil ihrer Waffen. Schön diszipliniert. Oh, Neo Letzter. Der holt's alle. Achte. Und? Der macht's wie gewohnt. Mit'nem Headshot. Wobei er gestern gar keine so gute Headshot-Quote hatte. Auch hier jetzt Headshot-Quote von ihm 58,33%. Ja. Beste Headshot-Quote auf dem Server momentan. Pasha mit 88,89%. Boah, woher weißt du das alles? Alles Strichlisten. Ach komm. Und dann live Rechenschieber hin und her oder was? Ich hab ja zwei Leute im Hintergrund sitzen, die das alles mit Taschenrechner notieren, aufschreiben. Alles wie ein paar Chinesen gegönnt. Du kennst, du kennst das, äh... Code-Wort E-Bot ist hier eigentlich gut. Hab ich mir schon gedacht. Aber ich wusste nicht, dass es da eine Live-Aktualisierung gibt. Ah, ist schon gut. Das unterscheidet halt einfach einen Profi-Streamer wie jemand anderen, ne? Das ist was süßes. Wo ist es denn? Lern doch von dir. So ein BK. Snux schieb nach, aber... Man macht jetzt trotzdem wieder diszipliniert. Man hat ja Schocks und Scream noch außen. Und man fährt jetzt nicht einfach Rampe durch, sondern man nutzt natürlich auch die Position. Man überlegt jetzt, was spielt man. Und das finde ich gut, dass man sich der Zeit lässt. So, Tess darf das Duell nicht verlieren. Verliert es aber. Und damit ist die Runde halt schon wieder gegessen, ey. Es muss einer eskalieren. Snux oder Biali. Ja, zum Beispiel Biali. Snux steht Rampe auch noch gut. Kann jetzt aber ansagen, dass sie Cat geben. Ja, und Push hinterher. Ganz wichtig. Muss früh da sein, aber gegen Cat hat es halt keine Chance, ey. So ein Biali schiebt über Abgang hoch. So ein MBK wird halt jetzt die Position ausnutzen, dass Cat gedeckt ist. Oh nein, zu früh geschossen. Das war zu früh. Bleiben, Kleister. Nein, das ist gegessen. Das ist ganz wichtig, dass gleich ein Drehwurm. 14 zu 4. Very Games. Und damit die wichtige Equip geholt. Die Polen ohne Geld. Ich hab das gehabt. oder? Ich hab das auf den Drehwurm. Neofeld, Pasha wird auch noch nicht rechtzeitig da sein. Ah, er wollte noch einen machen. Kann er einen machen, ja. Er kommt weg, er hat noch 75. Und er facet und facet und facet. Jetzt ist er blind. Und 32 AP. So, hat aber seinen Mates Zeit verschafft. Das ist Naxx jetzt schon unten im Toxic. So, und sie spielen das wieder ganz ruhig. Scream fällt außen. Können sie sich die Waffe gönnen auf jeden Fall. Ne, hatte keine Waffe, doch, hatte. Hat schon. Und Tess hat den Spieler gesehen, NBK. Der zeigt es natürlich nicht mehr. Das ist Naxx. Lassen sie klein. Der Snaxx muss ihn haben. Boah. Niii, kriegt ihr nicht. So, Pasha fällt, NBK. Mit dem Shot, schade. Da hätte man vielleicht doch, ja, vielleicht hätte man sogar doch beim Plant schon stören sollen. Aber Zeit war halt auch noch genug da. Von daher war das Risiko zu groß, dass dann der Refrag da ist und sie ja trotzdem legen können. Na, ist immer bitter. Ne, nachhinein kann man es immer anders sagen. Ja, ja, das ist immer hätte, 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 Fahrradkette. Was spielt man jetzt? Ach nein, man kann es eigentlich nicht herauslesen, was VeryGames spielt. Sie spielen erst mal auf Kontrolle. Wow! Wow! Krass. Hat man sich gesehen? Ich weiß es nicht. Krass. Aber der Karten, der steht ja hinter den Rechnern. Also da wird ja nichts passieren. Tja, das ist ein Moment, wo ein Pasha dann auch mal gerne wieder eine Maus zerdrückt. Ja, einfach zu Pulver. Wenn er so ein Ding fängt. So, außen jetzt auch wieder ein... Puh, Schocks. Ich dachte, es ist nicht mal eine Chance, irgendwo hinzugucken. Aber Tess... Boah, was denn? Dann wird er von zwei Seiten angegangen. Ne, O-Rands-Fly. Wenn es einer machen kann, dann eher. Aber jetzt gerade, also die letzten zwei, drei Runden, da sitzen einfach die Shots von VeryGames. Ultrasick. Wenn man gerade eben die Aussage von mir gehört hat, 16-5, aber war eine Overfahrt oder was? Und dann sieht man jetzt an solchen Spielen, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber gut. Absolut. VeryGames, echt starke Leistung. 1-0 damit der Spielstand und somit gibt es als nächste Map die E-Inferno. Wir sind gleich wieder zurück mit der Map Nr. 2 hier im Halbfinale. Und deshalb dranbleiben, nicht abschalten. Gleich Map Nr. 2, die E-Inferno. VeryGames, machen sie das 2-0 und stehen im Finale oder können die Polen hier nochmal zurückkommen. Bis gleich. 1-0 damit der E-Inferno.